Erlöst mich das von den Bildern, die sich mir in den Zauber gebrannt haben? Sein Blick, als meine Lippen, seine Wange, sein Schweigen, sein abkognitives Schweigen. Hat jemand von Ihnen jemals Reue empfangen? Dann meine ich nicht dieses Oberflächliche, wenn ich das bloß anders mache. Dann meine ich ein Oberes Gefühl, als ob sich etwas einen Weg frisst in deinem Bauch und alles antastet. Weil du weißt, dass es gar nicht zurückgeht. Dass kein Gebet der Welt und keine hunderttausend Rosen, seist du Maria für einen Vater, umsagt, kein Rosenkranz, keine demütige Verbreitung, die erlösen wird von dem Schmerz. Wenn du aufwachst, den Verbeugung, glaubst du, weil dich daran erinnerst, wer du bist. Was du bist. Ich wollte ihn berühren. Ich wollte ihn berühren. Ich wollte ihn berühren. Ich wollte ihn berühren. Vielen Dank.